Wie geht Jessi? Oh mein Gott, wo soll ich da anfangen? Ich bin mittlerweile ein psychisches Wrack. Schlafstörungen ohne Ende. Zum Beispiel schlafen jetzt meine drei Männer und mein Gehirn, also sie hat Mann und zwei Kinder, geht jeden Fehler der letzten 30 Jahre durch. Hab so oft gerade beim Einschlafen solche krassen Emotions-Gefühlsausbrüche, die ich nicht beschreiben kann und nicht weiß, wie ich die aushalten soll. Aber egal, wer braucht schon Schlaf? Muss ja um 5 Uhr wieder raus. Okay, Jessi, du bist komplett dysreguliert, was dein Nervensystem betrifft. Dein Körper hat das Gefühl, auf der Flucht zu sein von einem Raubtier. Das kannst du dir richtig so vorstellen. Und wenn wir komplett dysreguliert sind, dann können wir nicht positive Gesangten haben. Wir können nicht runterkommen. Was sofort das Nervensystem reguliert, was sofort auch beruhigt, ist, dich mit seinem Atem zu verbinden und Atemübungen zu machen. Also pro Minute atmen wir 12 bis 20 Mal ein und aus. Das ist so viel. Wenn wir pro Minute 10 Mal nur atmen, stell dir das mal vor, oder 6 Mal nur atmen, hört sich jetzt sehr wenig an, aber mit Übungen kriegst du das hin. Und wie kriegst du das hin? Zum Beispiel 10 Sekunden einatmen. Kurz halten und dann aufs Atmen. So, ich bin jetzt hier am Reden, ich bin jetzt aktiv, ich kann jetzt gerade nicht 10 Sekunden einatmen, dann müsste ich mich erstmal auch, müsste ich runterkommen und dann geht das. Wenn du tiefe Atemzüge machst, entspannte Atemzüge machst, wirst du sofort merken, wie sich dein System beruhigt. Wenn du jetzt deinen Körper runterbringst, Barfuß draußen laufen, Atemübungen, wechselst du direkt in einen Zustand, wo es möglich ist, positiv zu denken. Weil ich kann dir jetzt nicht den Tipp geben, denk positiv, mach Affirmationen, während dein Nervensystem total am Arsch ist. Wird nichts bringen, würde gar nichts bringen. Erstmal dich entspannen und beruhigen und dann kannst du gucken, weil alles, was passiert ist, du hast mir ja geschrieben, dass du dir noch Gedanken machst, das, was vor ein paar Jahren noch passiert ist. Geh mal von dem Gedanken aus, wenn du magst. Lade dich ein, darüber nachzudenken, was ist, wenn alles von einer höheren Intelligenz orchestriert wird. Ich meine, da kommen ja ganz viele Glaubenssätze hoch, ja, aber eine höhere Intelligenz würde doch gewisse Dinge nicht zulassen. Stell dir mal vor, Gott, eine höhere Intelligenz, die dich sehr liebt, hat alles genau so gemacht, dass du da hinkommst, wo du gerade bist, um persönlich weiter zu wachsen, um zum nächsten Level zu kommen. Als wären wir in irgendeinem Playstation-Spiel und wir kommen immer von einem Level zum anderen, von einem Level zum anderen, aber nur dann, wenn wir unsere Aufgaben bestanden haben. Und die Aufgaben werden immer schwerer, von Level zu Level werden die immer dicker und größer. Wenn du aber einmal verstanden hast, wie das Spiel geht, dann wird es leichter, weil du weißt, ah, jetzt ist da, die größte Herausforderung ist, jetzt gerade mit meinen Gedanken klarzukommen, weil ich das, was vor zehn oder fünf Jahren mal passiert ist, gerade hinterfrage. Das ist wieder dieses Kopf, was ich, glaube ich, im vorigen Video gesagt habe. Tiere sind ja nicht im Kopf, deswegen leiden sie nicht, deswegen haben die auch keine Depressionen, die in der Wildnis. Wir sind ständig im Kopf. Etwas, was damals passiert ist, macht dich heute fertig, aber es ist doch schon passiert. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, können wir nicht mehr verändern. Hättest du es verändern können, hättest du es getan. Aber du wusstest es nicht besser. Es macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen. Die Jessie vor fünf Jahren, als sie das entschieden hat, zu tun, was sie getan hat, kannst du sie wertschätzen, kannst du sie lieben. Wir können nur das verändern, was wir akzeptieren. Wenn wir unsere Geschichte akzeptieren, was passiert ist, können wir uns erst verändern. Und wir können uns auch erst dann nur lieben. Weil die Jessie vor fünf Jahren hat vielleicht eine dumme Entscheidung getroffen, so hört sich jetzt blöd an, die ihr ganz viel gekostet hat bis jetzt. Aber in Wirklichkeit war die Entscheidung gar nicht dumm. In Wirklichkeit war das ihr Bewusstsein, der sie nur auf etwas aufmerksam machen wollte. Klar, vielleicht hast du den falschen Mann ausgesucht. Und jetzt hast du mit ihm zwei Kinder und du ärgerst dich. Es ist nicht der falsche Mann. Es ist dein Seelenpartner, der zu dir gekommen ist, um dich auf etwas aufmerksam zu machen, was du heilen kannst. Bedeutet nicht, dass ihr für immer zusammenbleiben müsst. Die Kinder sind auch nicht entstanden, weil du einen Fehler gemacht hast, sondern weil die Seelen schon vorher mit dir abgesprochen haben, zu dir zu kommen, um daraus zu lernen. Sie lernen gerade ganz wertvolle Lektionen mit dir. Also jeden Schritt, den du jetzt hier machst, ist sehr, sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Kannst du dich dafür feiern? Kannst du dich dafür lieben und wertschätzen? Dafür, dass es gerade nicht einfach ist, aber dass du als Seele, und die Seelen hier werden gefeiert, in der anderen Ebene, wenn man darüber liest. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber weil das, was wir hier auf der Erde erleben, nicht gerade einfach ist. Es ist nicht gerade einfach. Und jede Seele wird gefeiert dafür, dass sie sich getraut hat, einen Körper auszuleihen und das durchzumachen, was wir hier durchmachen. Es sind oft Dinge, die wirklich einfach nur sehr zermürbend sein können. Ich weiß es. Es ist nicht so, dass ich dich jetzt verurteile und sage, oh, warum denkst du an die Sachen vor fünf Jahren? Ich kann es ja verstehen. Aber unser Kopf, das ist nur der Kopf. Kannst du in den Moment hierher kommen? Kannst du überlegen, was möchtest du verändern? Was gefällt dir nicht? Würdest du gerne von dem Mann weg? Möchtest du gerne umziehen? Einen neuen Job? Was auch immer. Und dann gucken, dass du ins Manifestieren gehst von dem, was du haben willst, um rauszukommen aus der Situation, wo du bist. Und es ist alles möglich. Es ist alles möglich, wenn du dieser Möglichkeit Raum gibst in deinem Kopf und dich nicht festhältst an den Sachen von damals. Ich weiß, dass der Kopf, gerade der Verstand, kennt nur dieses Problem und will nichts anderes zulassen. Es ist deine Aufgabe, dich damit zu beschäftigen, was wäre optimal. Was wäre optimal? Dazu hatte ich auch eine Sprachmemo gemacht auf Telegram. Ich habe eine Telegram-Gruppe, wo ich regelmäßig Sprachmemos reinmache zu allgemeinen Themen, die ich auch hier bespreche. Und da geht es auch darum und da gebe ich nochmal eine genaue Anleitung, wie man da manifestieren kann, um aus der Situation rauszukommen, in der man drin ist. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.